Moin Moin. Willst du einen Kaffee? Ein paar Kaffee zum Sonnenaufgang passen. Und wir versprochen das Wetter. Guck mal das an. Sonnenaufgang. Mega geil. Was steht an? Wir fahren jetzt mit der Shadow 900 Deep Blue raus und machen Fotoshooting. Genni, wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, sieht gut aus. 4 Stunden sleep, direkt in eine Fotoshooting. Ich denke, ich schütte heute Boats. Boats, 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 Boats. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich denke, ich habe. Es war sehr, aber es sollte so funktionieren. Wie ist der Plan? Early Morgen, sehr interessant für den Foto. Die 2.80 Pagoda mit der alten Zeitung und die neue Technologie von Shadow 900 Deep Blue. Das ist eine unglaubliche Kombination. Ich würde es einfach ein bisschen reißen. Es ist eine sehr schöne Karte. Haben wir die Oberfläche oder unten? Ja, unten. Es ist ein SL. Ja, natürlich. Es ist besonders in diesem Wetter. Es macht keinen Sinn. Genau, genau. Es ist gut. Ich meine, wir haben die Landschaft, wir haben die Auto, wir haben die Bote. Es ist alles zusammengefasst. Ich meine, es ist eine dieser Bilder, die man als Fotografie träumt. Und das ist wirklich was es ist. Die Karte ist ein Wetter. Die Karte zur Verfügung ist, der erste Teil der Karte. German, das ist ja gut! Das war's. Das heißt, wir sind in der Karte. Nummer. Wir werden ein paar Action-Shots bekommen. So, nach dem Hintergrund, nach unserer Schuss, nach unserer Transfer, nach Kalanova, hier sind einige Bilder von dem wir heute gemacht haben. Die Karte der Karte der Karte der Karte ist auch schon mit der Karte zu einem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020